Charakter-Editor, verpasse dem Kornfarbe und male ein Gesicht. Das ist gut. Okay, gefällt mir so. So, hallo, wie schön, hallo, hallo und süßen Hauspäckchen. Malen gemeinsam, was ihr euch mit diesem Wort vorstellt. Ihr könnt noch abwechselnd malen. Beim Malen leeren sich die Anzeige. Wenn sie leeren ist, müsst ihr fertig sein. Das ist bestimmt die Anzeige. Und wir müssen einen Baum malen. Ich fange an, okay? Ja, aber was für ein Baum? Achso. Einen Zitronenbaum. Zitronenbaum? Ja, vielleicht einen Zitronenbaum. Okay, ich fange an so einem schönen, weiß ich nicht, gestammelt. Und dann noch so ein paar Esstchen. Oh, jetzt kann ich mir mal irgendwas zu tun. Ah ja. Okay. Ich habe auch schon Frauen. Soll ich jetzt mal so Zweige malen? Ja, machen wir Zweige. Vielleicht. Keine. Ich schmecke jetzt gut, aber dann mache ich mein Lieber. Ja. Ähm. Sonst fangen wir schon mal an den Blechern. Okay. Ja. Super. Sehr schön. Okay. Oh, jetzt habe ich nicht wieder. Nee. Aber ich mache einfach mal mit zwei. Noch eins ist wohl mehr. Richtig gut. Aha. Galerie. Das war, was ich lange unter dem Griff vorgestellt habe. Okay. Ah, schau mal, hier ist auch die Galerie. Da ist die Galerie. Ja. Die findest du bestimmt genau so, wenn du es vorhin hast. Ja. Ganz schön. Dann schau ich mir mal diesen Baum hier an. Ah, schön. Schön. Ja. Herbstbaum. Ja. Oder Brennerbaum. Nee. Das war kein Brennerbaum. Die. Oder. Diesen Baum. Ah, es beginnt hier. Genau. Diesen Baum. Sehr kreativ. Sehr kreativ. Oder oben. Ja. Ja. Oh. Das ist ein bisschen aus wie so ein Hasel-Strauch. Oh. So ein Blumen. Das kann auch. Ich auch. Ein Blumen. Welche? Den. 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 Das ist ein schöner Tambor. Sehr schön. Sehr gut.